Der Herr hat uns befohlen, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst. Der Herr hat uns befohlen, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst. Licht ist einfach so toll und so gemütlich. So, was brauche ich denn noch? Ja, natürlich meine Kuscheldecke. So, und unser Lieblingsbuch. Und jetzt bin ich auch schon startklar für die nächste Geschichte mit dir. Licht der Welt Mikey ist gerade auf der Toilette, als plötzlich das Licht ausgeht. Zum Glück hat er keine Angst im Dunkeln. Als er die Tür aufmacht, ist im Flur auch keine Lampe mehr an. Vorsichtig tappt er ins Wohnzimmer. Alles ist dunkel. Stromausfall! Brüllt Timo von oben. Ach, Mama hatte es sich gerade im Wohnzimmer mit einem Buch gemütlich gemacht. Timo, Leonie und Kiki tasten sich die Treppe runter. Die Straßenlaternen sind auch aus. Boah, ist das finster, sagt Leonie. Timo, gib mir bitte mal die Taschenlampe. Ich sehe nichts, sagt Mama. Dann holt sie die Tüte mit Teelichtern und Streichhölzern aus dem Schrank. Alle Kinder bekommen eine Handvoll von den kleinen Kerzen und eine Packung Streichhölzern. Sie verteilen sie überall im Haus. Mikey ist stolz, dass er genauso mithelfen darf wie die anderen. Das bringt nicht genug, Mami, meint Kiki. Es ist noch viel zu dunkel. Mama schickt Timo in den Keller, um mehr Teelichter zu holen. Soll ich auch Kerzen in die Toilette stellen? fragt Mikey. Ja klar, ruft Timo. Wir können doch nicht im Dunkeln aufs Klo. Doch, ich kann das, antwortet Mikey stolz. Langsam wird es immer heller im Haus und sehr gemütlich. Ich glaube, das reicht, sagt Mama. Da der Herd und die Mikrowelle auch nicht funktionieren, können sie den Eintopf nicht warm machen, den es zum Abendessen geben sollte. Mama ruft Papa an. Der erzählt, dass im ganzen Stadtteil der Strom ausgefallen ist. Als er nach Hause kommt, bringt er eine Riesentüte Pommes mit. Mhhh, lecker! Danach bleiben alle gemütlich sitzen und quatschen miteinander. Alle außer Mikey. Der rennt immer hin und her und tauscht die Teelichter aus, die ausgebrannt sind. Sonst ist bald alles wieder dunkel, behauptet er. Jesus möchte, dass wir wie Kerzen sind, die Wärme und Licht in unserer Welt verbreiten. Jedes Mal, wenn Menschen anderen Menschen von Jesus erzählen, wird sein Licht weitergegeben. Und jedes Mal, wenn wir uns um andere kümmern, wird die Welt etwas heller. Ein Teelicht gibt ein bisschen Licht. Viele Teelichter können ein ganzes Haus erhellen. So, und ich gehe jetzt Teelichter an meine Nachbarn verteilen. Ja, einfach so, um ihnen eine Freude zu machen. Jawohl. Und bei Frau Müller fange ich an. Und dann gehe ich einfach die eine Straßenseite runter und die andere wieder hoch. Ja, ich glaube, die müssten reichen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne auch mal ausprobieren. Aber bitte niemals eine Kerze anzünden, wenn kein Erwachsener dabei ist. Okay? Versprochen? Sehr gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. So, ich mache jetzt hier natürlich noch die Kerzen aus. Und dann geht's auch schon los. So, jetzt noch die Kerzen aus. Vielen Dank.